Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von PotionCraft hier aus die GameStudio. Mein Name ist Master Schröder und ja, in der letzten Folge haben wir den Unsichtbarkeitstrank entdeckt. Ähm, ja, mal gucken, ob wir den noch gleich loswerden können oder so. Ähm, der ist auf jeden Fall aus einem anderen Kapitel, aber wir haben ihn schon mal mit unseren Kräutern entdeckt und wir werden mal gucken, dass wir da jetzt, ja, hoffentlich noch ein bisschen was ansammeln. Also in diese Richtung nach oben können wir auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen was forschen. Links und rechts, also mal gucken, hier von den Pilzen habe ich auch jede Menge. Die gehen aber diagonal nach unten, aber leider in die falsche Richtung, denn, naja, gut, können wir uns da hier angucken. Wir gehen erstmal schlafen. So, gut. Ne, damit man sozusagen jede Folge gleich anfängt, erstmal schlafen. Schlafen ist wichtig. So, ein neuer Tag bricht an, das Spiel ist gespeichert. So, wir sind am Tag 11. Also gucken wir mal, was uns der Garten so liefert. Naja, ist ein bisschen was dabei, so ein Pilz haben wir auch noch gekriegt. So, oben wächst noch was. Mein Zauberbomb. Vielleicht kann ich den hier noch ein bisschen verzaubern. Vielleicht kann ich den Wachstumstrank hier mal benutzen. Hm, naja. Ähm, weiß ich nicht. Könnte funktionieren, ne? So. Ähm, wie gesagt, also der führt eher diagonal in die Richtung, aber diagonal in die Richtung. Na ja, Gott, wir hätten hier unten noch einen Trank. Wenn wir nach unten kommen mit irgendwas mit vielem, da können wir hier unten nochmal was erforschen. Ähm, wir haben aber wenig rum, in den Bereich zu kommen. Aber gut, wir gucken mal weiter, was uns die Kunden denn heute so bringen. Und da haben wir jetzt den jungen Herrn und der möchte, ja, 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 zeig mir deine Waren. Papier, sehr teuer und das auch sehr teuer. Normalerweise, Billigpreis ist 80. Äh, noch habe ich Rezept, äh, Seiten frei. Ein paar, nur eine oder zwei. Einen habe ich noch frei. So, ein neues Rezept kann ich noch machen. Äh, und die Maschine, die ist natürlich auch sehr teuer. Aber das Geld wollte ich ja jetzt irgendwann mal zusammen haben. So, ich selber habe nur 1000, keine 1600. Ich habe auch nichts, was mir noch 600 Taler bringen würde, selbst wenn ich alles verkaufen würde bei ihm. Von daher, hm. Ich meine, man kann es ja auch falsch versuchen. Ne, da kann ich nicht falsch. Dein Geld reicht nicht aus, dass ich finde falsch. Ah, okay, bin angezeigt. Na ja, gut, das ist dann also leider so, ähm. Ähm, warte, kann ich jetzt erstmal nichts bei dir kaufen. Hallo, ein Baumstamm ist mit einem Holzfällen im Sägewerk. Was? Gott, das tut ja weh. Äh, ein Baumstamm ist auf einen Holzfäller gefallen. Er ist am Leben, weil sein Bein sieht nicht gut. Dauert hast du etwas, um dir haltet ihn zu beschleunigen. Natürlich habe ich da was. Äh, ich gucke mal kurz in meinem Buch. Momenten, äh, Bein, Abtrank, äh. Ja. Äh, so. Damit ist das Bein dann wieder dran. Äh, wir feitschen natürlich noch ein bisschen, Meghune. Weil, wenn aber im Holzfällen sich ein Baum auf den Körper fallen lässt, der war eindeutig ganz schön bluselig. Der kann noch ein bisschen mehr bezahlen. So, 46. Wunderschön. Guten Chuck, der Besitzer naheliegend Taverne schickt mich. Er braucht einen Trank, der Wasser in Eis verwandeln kann. Eis aus den Bergen zu kaufen, ist sehr teuer. Ich habe unsere Gäste über kaltes Bier und Ehe. Ah, unsere Begister lieben, kaltes Bein und Ehe. Ja, liebe ich auch. Ich mag es auch eher kühl. Wenn du uns hilfst, nehmen wir ein frisch gezofftes Bier, wenn das nächste Mal vorbeikommst. Okay, also wir brauchen einen Frostdrank, da hast du, ja? Einen Frosting-Trank. Kann ich dir sogar einbrauen? Na, guck, dann machen wir doch mal einen. So, ein Frosting, bitteschön. Der Trank ist perfekt, sagt er. Das ist ja nett, dass sie das... Und die hat auch sehr viele kleine Sachen in dir. So, klick, 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 klick. So, 70. Jawohl. Ich habe Beeren in meinem Garten gepflanzt. Jetzt kann ich es nicht erwarten, dass sie wachsen und Früchte tragen. Hast du etwas, das mir dabei hilft, dass sie schneller wachsen? Äh, das klingt mir verdammt nach einem Wachstumstrank aus, den du gerne haben möchtest. Den kann ich dir erstmal nicht machen. Den habe ich mit ganz viel braunen Pilzen gemacht. Die habe ich damals, glaube ich, gekauft gehabt. Gut, dann gehe ich mal ganz kurz in meine Küche. Ich muss einen Wachstumstrank machen. Das heißt, ich muss einmal hier außen rum kommen, dahin. Hatte ich nicht irgendwas, was so komisch aussah? Was so eine komische Beule machte? So einen Kringeltrank. Da vorne Pilze habe ich genau ein zu wenig von. Hatte ich nicht irgendwas, was so eine komische Bohme machte? Da drum, wo ich gesagt habe, oh, das wäre ja gut dafür. Hm. Ah ja, hier. So, der hier. Den muss ich mir dann in den Koboldpilz. Okay, naja, gut. Aber dann müssen wir erstmal ein bisschen dahin kommen. Äh, dann müssen wir erstmal was haben, was uns noch unten dreht. Moment, das wäre das hier. Du bringst mich erstmal nach unten. So. Das sieht schon mal gut aus. Huch. Nach rein, bitte. So. Und jetzt gucken wir uns mal den Koboldpilz an. Wo kommt der hin? Der landet genau da in der Mitte drunter. Das ist natürlich ungünstig. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal irgendwie noch da hinkommen. Ja, das sieht gut aus. Der grünen Pilz. So, wir benutzen. Den können wir auch maximal benutzen. Denke ich mal, dann sind wir schon mal ein ganz gutes Ende. An dem Seuchterdamm vorbei. Und dann kann ich auch wieder das nutzen, was mich dann einfach nach unten bringt. So, ein paar Bücher dabei einsammeln. So. Schauen wir mal was, was uns da diagonal hinbringt. Also, die haarige Banane sieht schon mal sehr gut aus. Das ist schon mal etwas, was ich sehr dafür präparieren würde. Tja, dann nehme ich die haarige Banane. Bereiten die noch ein bisschen auf? Eieieiei, das ist aber fix jetzt. So, da wollen wir jetzt mal ganz langsam erst mal so grob in die Richtung. So, jetzt muss das Wasser eigentlich dafür sorgen, dass wir gut reinkommen. So. Sehr schön. Zack. Deiner Wachstumstrank. Verstehe. So. Alles für unsere Kunden. So, da haben wir hier einen Wachstumstrank. Den findest du gut. Pfeilschen wir natürlich mit dir noch. Da könnten wir vielleicht eventuell in die 100 kriegen. So, gar nicht schlecht. So. Klick, 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 klick. Einmal daneben. Schein. Oh, wir waren so gut unterwegs. Ah, der Pilz dahinter kommt. Ähm. Den Pilz hat er jetzt hier. Den roten Pilz hat er im Angebot. Für 16. Da kaufen wir uns noch ein paar Stück von an. Zehn Stück. Wir kommen einfach nicht. Wir kommen einfach mit unserem Geld nicht zu ran. Ne? Wir haben da auch noch irgendwelche Sachen gekauft. Aber gut. Wir feilschen mal. Und wenn ich mit dem anderen richtig gut gefeilscht hätte, dann hätten wir auch deutlich mehr Geld gehabt. Dann mal gut. Okay. Ich denke, es ist 122. So. Genau. 1111. Habe ich genau. Mein Mann hat mich vor kurzem für eine andere Frau verlassen. Oh. Habe schließlich ihr lauschiges Liebesnest gefunden. Ich kann es nicht zulassen, dass er mit einer anderen glückliche. Ich will, dass er das Feuer meiner Eifersucht spürt. Ich will, dass ihr zu Hause ihre Gefühlen in Flammen aufgeben. Möchtest du also die Wohnung deiner Konkurrentin anzünden? Habe ich das richtig verstanden? Möchtest du ein kleines Feuerchen legen? Weil dein Ehemann fremd geht? Da kann doch die Frau nichts dafür. Das ist dein Ehemann schuld. Da solltest du ihm vielleicht eventuell was antun. Aber nicht der Frau. Tschüss. All die Misten. Ja. Ich brauche einen Trank, der mir Kraft gibt und mit dem ich den Kampfrausch versetzen kann. Ich will mit 10 Männer kämpfen. Hast du da etwas, der mir Kraft gibt und mich in einen Kampfrausch versetzt? Nee. Für mal Eisenhaut. Möchtest du nicht. Unkraft? Auch nicht. Unsichtbarkeit? Gibt es auch nicht. Okay. Drei Versuche hat man uns reich. Aber wusste ich auch noch nicht. Keine Ahnung. Was will die Elen für einen Krafttrank haben? Ich habe hier kein... Soll er... Was weiß ich. Keine Ahnung. Was soll er dahin gehen? Krafttrank. So eine Kraftbrühe trinken ist auch gut. Meine Kinder können nachts nicht schlafen. Ich habe ständig Angst... Was? Sie haben ständig Angst vor Monstern vor dem Fenster und unter dem Bett. Es spielt gar keine Rolle, wieso ich versuche es zu beruhigen. Hast du einen Schlaftrunk für die Kleinen? Eieieiei. Ich hätte ja gesagt, gib den in Wodka vorm Einschlafen, aber das ist ja Kleinkinder. Da darf man das ja auch nicht so unbedingt machen. Geht es dir gut, Alchemist? Ja. Keiner hat dich mit einem Flug belegt? Nein. Wie könnt ihr mich mit einem Flug belegen? Es gibt viele. Ich bin nicht die einzige Zauberin auf dieser Gegend. Und sicher nicht die Furchterregendste. Verlass dich drauf. Was kommt hier los? Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn ich ihr jetzt einen Mana-Trank gebe. So einen Mana-Trank. Nicht abgespeichert, den Mana-Trank. Der Explosions-Trank. Nee, habe ich nicht. Also ich muss auch mal Mana-Trank machen. Hör mal um. Ah, okay. Okay, 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 okay. Ah, dann gehen wir mal wieder erstmal hier. Zack. Auf sie mit Gebrühen. Muss ich ja nicht zu Ende rühren. Das ist schon mal, ne? Sehr schön. Ein perfekter Trank. So. Ich weiß nicht, ob es so gut ist für mich. Aber okay. Ähm. Hm. Na gut. Es kann natürlich jetzt passieren, dass die mich mit einer Flucht verlegt, weil ich ihr jetzt einen Mana-Trank gemacht habe. Das ist, äh, die Peri natürlich fatal, aber es ist so möglich. So, hier unten sehen wir schon einen Fragezeichen-Trank. Also, da waren wir schon mal da. Das heißt, da ist unser Ziel. Ähm. Durch den Mana-Trank wieder nicht. Gleicher, ne, oder? So. Der Mana-Trank da. So, was habe ich denn hier zweimal drin? Nichts, ne? Mal einen neuen Trank machen, bringt mir auch nichts. Dann müsste ich das Papier wieder haben. Das ist natürlich auch doof jetzt. Der Papier ein, der dauert eine Meile. Hm. Na gut. Dann können wir jetzt nicht forschen. Also, das bringt jetzt erstmal nicht viel. Erschaffe Eintrag mit drei Effekten. Ja, das ist das Einzige, was wir so machen könnten. Den muss ich nämlich nicht unbedingt speichern. Keine Rezepte mehr speichern. Ne, was habe ich denn alles drin jetzt? Ne, ich habe jetzt den hier drin. Das ist ein Blitzlicht. Können wir die hier eigentlich verschieben? Ah, die kann man hier generell so verschieben. Ne. Das ist der starke Blitzlicht-Trank. Das ist der Licht-Trank. Das ist der Blitz-Trank. So. Äh, hier mal Feuer, Explosionen. Ja, das ist cool. Das kann man hier richtig in den Unterschied. Ich will noch mal in die Höhe bringen. Kann man so eine Ordnung machen? Ein Dingeling. Wie weit kann ich denn da vorne einsetzen? Das ist schon ganz vorne. Ja. Also, ich kann mir noch ein paar Seiten kaufen. Kann man auch überlampen lassen dann später. Okay. Ah, hier ist so eine Buchseite. Da kann man nicht. Was springt da? Wie bitte. Also, ich kann hier... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, fünf, sechs, acht, neun, 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 zwölf. Zwei habe ich schon. Also, neun kann man auf jeden Fall hier noch nicht machen. Und durchblättern kann man ja auch. Also, das ist... Gut, muss ich Seiten kaufen irgendwann. Hm. Da ist die Folge heute ein bisschen kürzer. Da ich jetzt sowohl das eine als auch das andere erstmal nicht machen möchte. Dann gehen wir einfach mal schlafen. Gehen wir nochmal ernst. Und dann gucken wir, was wir so kriegen. Und welcher Händler heute kommt. Oh, einen Pilz haben wir mal gekriegt. So, davon haben wir 20 im Lager. 27 nach oben haben wir. Und nur 7 mal nach unten. Das ist sehr schade. Aber die Windblüte, die muss ich ein bisschen mehr verbrauchen. Oder ich muss mal gucken, ob mir da jemand richtig viel Geld für geben kann. So, dann haben wir jetzt hier den Steiner Heiniwine. Okay. So, was hast du denn da? Du hast nichts, was man gebrauchen kann im Angebot. Du würdest mich hier für 18 geben. Dafür habe ich wesentlich mehr bezahlt. Du würdest mir hier für 25 geben, habe ich auch wesentlich mehr bezahlt. Ähm, ich muss mir diese Begriffe für 265 geben. Immerhin. Ja, nö. Dann haben wir leider nichts gemein heute. Oh, der Angler ist mal wieder da. Hallo, ich wollte deine Hilfe in Anspruch nehmen. Ich habe mit den Jungs gewettet, dass ich diesen einen Fisch fangen kann. Ich könnte es aber auch, aber es wird wehtun. Es kann einem die Rute aus den Händen reißen oder in einer direkt ins Wasser ziehen. Ohne dass deine Tränke... Ohne deine Tränke werde ich das nicht schaffen. Hä? Nun, zum Beispiel einen Tränk, der mich stärker machte. Dann kriege ich den Fisch auf jeden Fall. Oder vielleicht könnte eine Art einschläfernden Köder füttern. Schlaftrunk. Ich möchte hier gerade auch nicht kochen. Fehlt mir dafür. Aha. Wo soll ich denn die gebraucht dabei? Nach unten zu kommen. Das könnte ich sicherlich ändern. Die habe ich gebraucht, um nach unten, um hier runter zu kommen. Okay. Das heißt, was habe ich da verwendet? Ich habe verwendet einen Sumpferich. Wasserblüten. Hier Wasserblüten habe ich gebraucht. Da fiel. Da habe ich noch irgendwas, was uns darüber bringt. Also erstmal der Sumpferich. Okay. Der Sumpferich, der Sumpferich. Hier guck mal, der bringt mich auch so ein bisschen da rum. Grüner Pilz. Ich muss mal einen grünen Pilz nehmen. Ich muss vielleicht für den Sumpferich nehmen. Ich nehme da noch einen davon. Das weiß ich nicht, wo er ist, aber ich habe nur noch einen davon. Ne? Ah, hier habe ich acht von. Oh ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir auch in so einen Plüttich nehmen. Der bringt uns ja erstmal schon mal in die richtige Richtung. Oh, in der Mähd umgeholteste. So. Was haben wir denn noch so schönes, was uns in die Richtung bringt? Hier haben wir nochmal einen Schlingpflanz. Okay. Die könnten wir da auch reinwerfen. Steine reinwerfen. Okay, aber das weiß ich nicht. Eigentlich nur die Blüte der Schlingpflanz und das war's, ne? Oder Sumpferich an sich. Aber den Sumpferich könnte man für nach unten nutzen. Komm. Wir haben einen zweiten noch davon. Dann gucken wir uns mal. Aber die Schlingpflanz, die haben wir nur einmal. Die müssen wir am Ende benutzen. So. Ich werde nämlich die hier nochmal nutzen und dann nutzen wir den Schlingpflanz am Ende. Um uns dann da heranzuschlingern an den Schlaftrunk. Das ist zwar wieder ne... Einfach da drinnen. Unterwegs. Ähm. Ja. Da können wir ja mit Wasser dann helfen. Ich denke mal, wir müssen gar nicht so viel davon kochen. Also. Einfach nur erstmal hier rum. Ding, ding, ding. So. Dann da so ein bisschen hinten rüber. Und dann gucken wir mal, was das Wasser mit uns macht. Das ist eben nur ein bisschen schade, ne? Okay. Zwei kriege ich hin. Jetzt muss ich schon einmal komplett außenrum. Und dann kriege ich auch Wasser zwei hin, weil ich nicht nach unten komme, ne? Okay. Nach oben. Das wäre gleich nach unten. Hm. Nicht schön, aber selten. Ganz schön viele Kräuter für verbraucht. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Geld da wieder rauskriege. 75, naja. Och Gottchen, jetzt hat er auch noch so viele kleine Felder hier zum Verheißen. Eieiei. Ah. Ist da mal in die Klickung? Ärgerlich. Na gut. Ich habe ihn gefunden, den Banditen, der meine Kumpels getötet hat. Äh. Hä? Er ist riesig und von Kopf vor Fuß mit Rüstung umhüllt. Wie kein Schwert durchdringen kann. Aber ich brauche auch kein Schwert. Ich werde ein Pfeil mit Gift tauchen und ihn direkt durch das Visier schießen. Und der Tod wird langsam und schmerzhaft sein. Ein Gift trägt also, ja? Ähm. Ja. Komm her. Das ist ein Gift. Ob es richtig ist, weiß ich nicht. Okay, war richtig. Äh. Meine Apfelbäume haben letztes Jahr sehr wenig Äpfel getragen. Was, äh. Soll ich nur auf dem Markt verkaufen? Hast du einen Zaubertrank, der für eine bessere Apfelernte sogt? Boah, da ist doch eigentlich der Backstums dran, ne? An sich. Kann ich aber wieder nicht machen. Hm. Ist immer so ein bisschen nach unten. Ist auch schlecht gerade. Da haben wir nochmal ihn nach rüber. Mit dem Pilz. Da habe ich jetzt wieder ein neues Stück von ihm gekauft. Ah, Mann. Nach unten ist auch schlecht. Muss man mehr Pflanzen für nach unten haben? Oder schön, irgendwie andere schöne Sachen, die wir uns nach unten bringen? Dann habe ich ja auch nicht unendlich viel Zeug. So, was war das jetzt, was ich da noch gesehen hatte, was mich da rüber bringt? Pilz war es, der hier, ne? Achso. Okay, dann muss ich aber noch ein bisschen nach unten. Okay. Ich glaube, mit dem Pilz hatte ich das sogar schon mal, ne? Achso, das wollte ich doch gar nicht machen. Mist. Hä? Was ist denn? Ist das jetzt hier hinter irgendwo? Ist nicht mehr weg. Oh, das ist, ne, jetzt wird er hier oben reingewandert, oder? Reingewandert reingewandert. Ah, okay. Gut, gut, gut. Ähm, ja, weil das reicht ja so aus, dann bin ich tief genug. Dann könnte ich entweder mit dem Pilz da rüber gehen, oder ich könnte mit der Pflanze da rüber gehen, ne? Weil der Pilz besser wäre. Den kann ich dann auch mal ein bisschen rüber kochen, falls ich es brauche. Aber werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Mit dem Wasser eigentlich relativ gut da oben reinkommen. Sehr gut. Nein, den möchtest du nicht mehr haben? Warum nicht? Bessere Apfelernte. Was gibt es denn da noch? Nicht trank vielleicht? Auch nicht. Aber sonst wüsste ich keinen. Sorry. So, ja, Kräuter. Zeig mir deine Waren. Äh, du hast hier diese Kräuter, glaube ich, rüber. Aber die ist im Angebot, und was im Angebot ist, das nehme ich mal mit. Und ich nehme auch noch ein paar davon mit, weil ich davon immer ein paar brauche. So. So, ich habe hier dabei... Ah, Mann, ey, mein Geld, ey, das wird einfach nicht... Es wird nicht besser mit meinem Geld. Es wird wirklich nicht besser momentan. Mist, jetzt habe ich das verpasst. Jetzt wurde ich doch mit falschen hier. So, Wunschgeschäft in 81 Taler sparen bei der ganzen Angelegenheit. Aber, okay. So. Gut. Ach, wann haben wir denn jetzt hier... Oh, hallo nochmal, Alchemist. Ja, die Bewohner eines nahegelegenen Dorfes haben mich gebeten, mich um in die Gude zu kümmern, die sie terrorisiert haben. Anscheinend haben wir hier ein Nest irgendwo in der Nähe des Dorfes. Um es zu schwimmen, brauche ich eine Bombe oder etwas Brennbares. Hilfst du mir? Kann ich machen. Wir könnten den machen. Oder den. Ich nehme den. Schön. Ah ja, okay. Hier müssen wir wieder ganz genau gucken, dass wir... Ah, wieder einmal neben mein Herz. Das ist doch mal wieder zu hastig. Ich wollte es unbedingt noch, weil ich jetzt nicht machen soll. Hallo, Alchemist. Du brauchst auch einen Explosionstrank. Heute werden die Stadt brauchen ein paar Banditen auflauern. Ich brauche einen Explosionstrank. Ich werfe ihn. Na gut. Dann machen wir heute noch so einen. Haben wir ja gerade einen gemacht. Bitteschön. Du hast ein paar größere Fälle. Das empfällt mir schon mal mehr. So. Hallo. Ich brauche einen Schlaftruf für meinen Mann. Er muss heute Nacht richtig tief schlafen. Ich möchte nicht, dass er meinen Liebhaber und mich dabei erwischt, wie ich mit all dem Geld und Wertsachen auf Nimmerwiedersehen verschwende. Ich glaube, er würde sich aufregen. Meinst du nicht auch? What? Ja, natürlich würde er sich aufregen. Oh boy. Hau ab. Sie erst wieder. Ich brauche einen Schlaftrank, um meinen Mann erstmal schlafen zu legen. Damit ich mit all, was er hart abhauen kann. Der wird sich bedanken. Bist du deppert. Ich sollte mich um ein Monster kümmern, das Nachtreisende angreift. Es heißt, es sei unsichtbar. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Könnte ich einen Trank brauchen, der erlaubt auch Unsichtbares zu sehen? Unsichtbares zu sehen? Also ein Anti-Unsichtbarkeitstrank? Was ist das Falsche? Um Unsichtbares zu sehen? Was braucht man denn da für einen Trank? Ja, leck mich doch an. Drückerli. Du Berserker. Magische Sicht. Magische Sicht. Ah ja. Magische Sicht. Die habe ich nicht. Tut mir leid. Tschüss. Tut mir wirklich leid, weil, naja. Ich muss ja hier auch beliebtes Stufe nochmal erhöhen. Na gut. Okay. So. Gut. Dann beenden wir die heutige Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.